Hallo, hier ist Ronja und wir schauen uns heute eine weitere animierte Geschichte an und zwar trägt die heutige den Namen Ich habe kein Gesicht. Ich weiß. Ich weiß. Wie kann man kein Gesicht haben, ist die Frage, die ihr euch alle stellt. Wie sieht man Dinge ohne Gesicht? Gar nicht. Riechst du Dinge ohne Gesicht? Nein. Kannst du reden? Nein. Kannst du atmen? Auch nein. Daher schließe ich, ja, das ist nicht möglich. Aber wir gucken uns heute an, was die Erklärung dafür ist und äh... Ja, wild ride. Let's go. Hallo, ich heiße Ruby. Aber vielleicht bin ich das gar nicht mehr. Was für einen Unterschied macht es, wie ihr das nennt, was von mir übrig ist. Okay. Ich habe meine Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit auf einmal verloren. Also, Ruby ist eine Mutter. Okay. Einem Augenblick. Zumindest ist das, was ich vor nur ein paar Monaten noch dachte. Von dem Moment an, als ich geboren wurde, führte ich ein märchenhaftes Leben und meine Mutter erzog mich wie eine Prinzessin. Ich hatte alles. Beliebtheit, Charme und ein Dickkopf. Ein bewährtes Erfolg. Das ist jetzt was Gutes. Ich meine, Beliebtheit, ja. Charme, ja. Äh, Dickkopf. Damit eckt man oft an, habe ich mir sagen lassen. Das habe ich von einer Freundin gehört. Ähm, das meist nicht gut. ...rezept. Obwohl ich schwierig war, war ich gleichzeitig wunderschön. Und es schien zweifellos, dass ich eine erfolgreiche Karriere als Model vor mir hatte. Seht ihr das? Ich muss die Geschichte gar nicht mehr hören, ja? Ja, direkt habe ich das kombiniert aus den Fotos. Äh, was soll ich sagen? Ähm, ich habe viele Detektivserien geguckt in meiner, äh, Corona-Pause. Also, nehme ich mal an. Daher kommt mein umfassendes Wissen. Aber eines Abends änderte sich alles. Am Vorabend meines Abschlusses holte mich mein Freund Chris in seinem brandneuen Porsche zu Hause ab. Warum hat Chris einen Porsche? Ist Chris reich? Ich meine, offensichtlich ist Chris' Eltern sind reich, richtig? Warum hat Chris einen Porsche? Chris fuhr uns eine schnurgerade Straße entlang. Zur gleichen Zeit fuhr ein betrunkener Elektriker namens Harry ohne Licht wie ein Wahnsinniger mit 160 kmh direkt auf uns zu. Harry! Chris sah ihn zu spät, um noch auszuweichen. Sein Truck hat den Porsche buchstäblich zerquetscht. Sofort fing unser Auto Feuer. Chris und der Fahrer des Pickups starben auf der Stelle. Das ist nicht gut. Und ich lag für eine Ewigkeit mit meinem Gesicht auf dem Schacht des Autos. Wie kannst du nur? Denk immer nach! Ich wurde zusammen mit einem Teil des Armaturenbretts, das mir ins Gesicht geschmolzen war, ins Krankenhaus gebracht. Boah, das ist ja fies! Oh, das klingt ja... Das klingt ja ekelig! Das klingt ja echt mies! Okay, RIP! In den nächsten 72 Stunden hatte ich sieben Operationen. Ärzte trennten den Kunststoff von meinen Muskelfasern. An manchen Stellen schafften sie es sogar, Hautreste zu bewahren. Retteten ein Auge, öffneten meine Lippen, die zusammengeschmolzen waren. Mein Nasenbein war wie ein Puzzle in Dutzende von Stücken zerbrochen. Meine gebrochenen Arme und Beine wurden fest in Gipsverband gepackt. Sie konnten zum Teil sogar mein Gehör retten. Aber ich verlor dauerhaft die Fähigkeit zu sprechen. Ich bin kein Arzt, aber das ist nicht gut. Ja, also wenn dein Gesicht so verbunden ist, ist es meist kein gutes Zeichen. Als ich drei Tage nach dem Unfall endlich aufwachte, spürte ich nur noch Schmerzen überall. Ich hatte so viele Schmerzmittel bekommen, dass ich nicht wusste, wer oder wo ich war, warum ich hier war und wer all diese Leute waren, die an meinem Bett weinten. Ich werde nie den Moment vergessen, in dem ich zum ersten Mal seit dem Unfall in einen Spiegel geschaut habe. Es geschah im vierten Monat meines Krankenhausaufenthaltes. Als die Krankenschwester die Bandagen von meinem Kopf entfernte, könnte ich schwören, dass ich zwei zusätzliche... Das ist die schlecht animierteste Bandage, die ich jemals gesehen habe. Gib mir Paint und zwei Stunden Zeit und ich zauber euch da was. ... zusätzliche Falten auf der Stirn meiner Mutter erscheinen sah. Der Spiegel war rund und mein Spiegelbild sah aus wie ein verbrannter Pfannkuchen mit Löchern für Augen-, Mund- und Nasenlöcher. Während meines gesamten Krankenhausaufenthalts sprach niemand ein Wort über meine Verletzung. Alle trösteten mich und sagten, alles wird gut oder du wirst das durchstehen. Aber ich konnte nicht damit leben, dass ich mein Gesicht in einen gruseligen, hautlosen Schädel verwandelt hatte. Honestly, das ist mein größter Albtraum. Es klingt jetzt hart, aber da wäre ich, glaube ich, lieber tot. Ich glaube, das ist so rough. Ich meine, überleg mal, du hast ja schon irgendwie deine Identität über dein Aussehen definiert. Du guckst in den Spiegel und bist so, okay, ja, das bin ich. Und dann guckt dich einfach nur so ein... Ich weiß nicht, so Brandopfer haben ja echt roughe Gesichter teilweise. Und das tut einem so leid. Weil ich meine, du kannst so viele Jobs einfach nicht mehr machen. Also, weil die meisten Leute, wenn du mit Menschen zu tun hast, das dann halt gruselig fänden. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber das... Ne. Ich konnte nicht glauben, dass dieses abscheuliche Wesen im Spiegel tatsächlich ich war. Ich schrie und wedelte mit den Armen und warf alle aus meinem Zimmer. Ich dachte, du kannst nicht schreien, ha? Ich musste schreien, etwas kaputt machen, um meine Wut und meinen Schmerz zu beseitigen. Ich zerschlug mit einem Spiegel eine Glasvase. Ich stellte mir vor, ich würde das Gesicht der Person zerbrechen, die mein Leben gestohlen und es in Stücke gerissen hatte. Das Märchen war vorbei. Die Prinzessin war ein Monster geworden. Und diesmal war es für immer. Wahrscheinlich war in diesem Moment alles, was die Welt über die alte Ruby wusste, verschwunden. Als sie mich aus dem Krankenhaus entließen, wurde ich ein Geist unseres Landhauses. Das Ding ist, ich bin mir nicht sicher, ja. Aber du kannst ja einen gewissen Teil einfach wieder operieren lassen. Das ist zwar teuer, aber ich glaube, das ist es dir auf jeden Fall wert. Und dann kannst du wenigstens so halt dir wieder eine Nase bauen lassen und Hauttransplantate, damit du da ordentlich Haut hast und so weiter und so fort. Dein eines Auge scheint zu funktionieren, für das andere kann man so ein Glasauge einsetzen. Damit das wenigstens, also du wirst wahrscheinlich nicht wunderschön aussehen, wie es vorher war, aber du wirst nicht gruselig aussehen. Ich wollte keine der Realitäten meines neuen Lebens akzeptieren oder jemanden aus der Außenwelt sehen. Ich wollte von niemandem gesehen werden. Ich wollte nur noch wieder die alte Ruby sein, an dessen Gesicht ich mich jetzt manchmal nur schwer erinnern konnte. Ich begann wieder auf Instagram zu bloggen, alte Fotos zu posten und über mein faszinierendes Leben zu sprechen. Schließlich machten meine Eltern einen Termin mit einem Psychotherapeuten, einem Spezialisten für verstümmelte Menschen wie mich. Dr. Sally war sein Name. Super, noch ein engstirniger alter Mann, dachte ich, als ich seinen Namen hörte. Mit der Welt klingt Dr. Sally wie ein engstirniger alter Mann. Okay, ich habe eine Freundin, die heißt Sally. Vielleicht liegt das daran, dass ich das nicht unbedingt als engstirnigen alten Mann sehe, aber, ähm, nee. Doch zu ihn zu treffen, aber unter einer Bedingung. Unser Treffen musste im Dunkeln stattfinden. Er stellte Fragen und ich beantwortete sie. Ja, Stille, Nein, Klatschen. Die ersten zehn Fragen waren typische lebensbejahende Parolen, als würden sie von einem Stück Papier gelesen. Nach jeder von ihnen klatschte ich und dachte, warum habe ich dem zugestimmt? Aber dann kam die nächste Frage und ich hielt inne. Dr. Sally fragte, Rubi, denkst du, dein Leben ist vorbei? Ich wollte klatschen, aber ich konnte nicht. Dann fragte er, glaubst du, dass es keine einzige Chance gibt, zurückzukommen? Auch nur ein kleiner Teil deines früheren Lebens? Bist du sicher, dass niemand jemals deine Schmerzen verstehen kann? Auf all diese Fragen folgte völliges Schweigen von mir. Wenn ich die Antworten auf diese Frage finden wollte, sagte Dr. Sally, müsste ich das Licht anmachen. Als ich das Licht anmachte, sah ich einen Mann, dem eine Nase fehlte und der aussah, als wäre er aus vielen Teilen zusammengenäht, Narbe auf Narbe. In diesem Moment verstand ich, Dr. Sally war der Einzige, dem ich vertrauen konnte. Er verstand mich. Wir trafen uns jede Woche. Es schien, als könnte er meine Gedanken lesen. Und ich schwieg einfach und hörte zu. So ungefähr der Job von einem Psychiater, aber okay. Ja, das ist doch nice. Das freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Er sprach auch über seine Familie und seine Kinder. Und darüber, dass er sich weigerte, eine Gesichtstransplantation zu bekommen. Aber das ist meine Frage. Warum weigerst du dich da? Weil das ist doch so sinnvoll. Also, es kann doch nicht sein. Also, klar, wie gesagt, es wird nicht so schön wie vorher. Aber das wird doch trotzdem gut. Ich habe da vorher Narbe-Bilder irgendwann mal gesehen. Die wären gut. Die wären nicht schlecht. Warum macht man das nicht? Nice. Siehe hier, Gesichtstransplantation. So viel dazu. Sie hat kein Gesicht. Sie hat ein Gesicht, ja. Lüge entdeckt. Aber das kann ich schon verstehen, warum man den Titel so lehnen würde. Ja, meinetwegen. Ja, das lasse ich euch durchgehen. DoryStory.de Nochmal gerade so glücklich gehabt. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und schreibt mir einen Kommentar, was ihr darüber denkt. Ich finde, die meisten Geschichten, die guckst du dir so an und bist so, okay, miss, heul rum. Da hast du die eine, die zieht bei ihrem Vater aus und wandert aus und wohnt unter einer Brücke und in einem Kloschrank oder was auch immer, weil die Wohnung jetzt so unordentlich ist. Ich meine, okay, buhu. Aber das, das, da kann ich sagen, wow, das ist, das ist eher nicht miss. Von daher, wie gesagt, es würde mich interessieren, was ihr denkt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.